Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und heute seit langem mal wieder so ein bisschen PowerPoint erklärend Präsentationen, weil Alexander und ich haben uns ein, wir haben uns ein neues Format überlegt, Reconnect, meistens ist es ja mit den Formaten, mit den Namen jetzt mehr was für uns und für die Playlist Strukturierung, also so großartig müsst ihr euch das eh nicht merken. Aber darunter fassen wir das Ganze zusammen und das möchte ich euch mal kurz erklären. Also, es soll ein Spiel, was wir schon mal gereplayt haben, nochmal gespielt werden, aber kooperativ und dieses Spiel hat keinen kooperativen Modus. Also, es geht nicht darum, ich weiß nicht, Patricia 2 oder so, nee, Hanse, eines davon hatte auf jeden Fall auch einen kooperativen Modus und man konnte dann immer abwechselnd spielen. Darum geht es nicht. Also, es geht schon darum, dass Alexander und ich ein Spiel spielen, was keinen kooperativen Modus hat. Nennen wir jetzt einfach mal eins, nämlich Civilization. Dieses Spiel hat von sich aus erstmal keinen Koop-Modus, also keinen Hot Seat-Modus, man kann nicht einfach zwischendrin wechseln, sondern ich als Spieler spiele eine Nation. Alexander und ich spielen zusammen gemeinsam Civilization und das spielen wir nicht über Parsec oder über Discord gemeinsam an einem PC und überlegen uns das, sondern jeder spielt das für sich nacheinander. Also, könnten natürlich auch mehr sein. Ich weiß nicht, ich denke mal 4 ist eine ganz gute Grenze. Ich denke mal 4 ist eine ganz gute Grenze zwischen 2 und 4, vielleicht auch mehr. Muss man mal ausprobieren. Ich denke erstmal 2 bis 4 Spieler sind gut hintereinander, nicht parallel, also immer in einer Reihe. Wichtig ist, keine Absprache, also Alexander und ich sprechen uns nicht ab. Wir schauen auch nicht die Folgen der anderen Spieler an. Also, es gibt da keine Möglichkeit für uns irgendwie zu sehen oder zu hören, was der andere in seinem Zug geplant hat. Dieser Zug ist irgendwie ein fester Intervall. Bei Civilization könnte man jetzt sagen, irgendwie alle 10 Züge oder man könnte sagen, alle 15 Minuten oder wie auch immer dieses Spiel in Intervallen eingeteilt ist. Ja, das wird meistens eher ein Spiel sein, was strategisch ist oder planerisch ist. Weil zum Beispiel in Doom würde jetzt nicht viel Sinn machen, das so in dieser Art, in dieser Kette, in diesem verbundenen, aneinandergereihten, verbundenen Elementen zu spielen. Weil, wenn ich den ersten Level spiele und Alexander den zweiten Level oder wir sagen, jeder hat zwei Leben und dann ist der andere dran. Das Spiel wird sozusagen nach jedem Tod zurückgesetzt und das, was ich für Entscheidungen getroffen habe oder für Fehler gemacht habe, würde Alexander überhaupt nicht tangieren. Also, oder fast gar nicht tangieren. Das bringt irgendwie nichts. Fast gar nicht, weil geht dann halt um die Zeit. Man könnte dann irgendwie Punkte zählen. Ich, keine Ahnung. Aber darum geht es auch nicht. Das wäre ja wieder nicht kooperativ. Also muss es ein Spiel sein, was langfristige Entscheidungen oder Strategien ermöglicht. Und das tut zum Beispiel Civilization. Wir hatten noch ein paar optionale Ideen. Zum Beispiel hatten wir überlegt, okay, wenn man halt wirklich Spiele hat, die sehr, sehr komplex sind, dann sollte man sich vielleicht die Möglichkeit offen halten, alle zehn Folgen oder wie auch immer ein Strategie-Meeting zu halten, wo dann alle Mitspieler miteinander diskutieren, was als nächstes deren Ziel ist. Das ja dann noch nicht heißt, dass das Ganze planmäßig weitergeht, sondern man muss dann ja trotzdem immer noch überlegen, was hat der andere mit diesen Ideen versucht umzusetzen oder wie auch immer. Was auch erlaubt ist, ist, wenn das Spiel die Möglichkeit bietet, Hinweise für andere Spieler zu hinterlassen. Beispielsweise, ich könnte jetzt bei Civilization auf der Karte Marker setzen und da Text reinschreiben, irgendwie, weiß ich nicht, 150 Zeichen, ein Tweet reinschreiben. Dann ist das natürlich auch fair. Also alle Möglichkeiten, die das Spiel an sich bietet, sich selbst so sozusagen während des Spielens kleine Gedankenstützen zu geben, die sind natürlich weiterhin erlaubt. Also in bestimmten Abständen könnte man ein Strategie-Meeting halten und überlegen, was die nächsten Ziele sind. Diese Ziele könnte man natürlich auch dann nicht nur alleine definieren, sondern man könnte die im Discord oder ich weiß nicht, vielleicht vor einem Blätterabend oder so in einem Stream mal definieren. Vielleicht hat die Community also ihr auch Interesse daran, uns vielleicht eine gewisse strategische Richtung vorzugeben, könnte ich mir vorstellen. Was auch lustig wäre, oder was ich mir als lustig zumindest am Anfang vorstelle, wären ein paar Überraschungsgäste. Ich weiß nicht, ich könnte mir Daniel irgendwie vorstellen, der mal eine Folge spielt und immer noch unter dem Aspekt kooperativ, also er versucht dann auch noch sein Bestes, um das Spiel zu gewinnen, dann uns, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Zwischenfunk, weil wir wissen dann ja irgendwie gar nicht, was er gedacht hat oder was er geplant hat. Also das stelle ich mir insgesamt sehr, sehr cool vor. Ich hoffe, das wird lustig und spannend, weil man sich dann so ein bisschen auch über den anderen vielleicht ärgern kann oder vielleicht überlegt, was war das oder was war dies. Ich könnte mir das jedenfalls sehr, sehr interessant vorstellen und hoffe ihr auch. Das Ganze wird, da wir ja jetzt jeden Dienstag Blätterabend nicht mehr auf Twitch und YouTube haben, was Komplexitätsgründe hat, habe ich schon hundertmal darüber gesprochen, auf YouTube jedenfalls nicht. Die Blätterabende werden ja jeden Sonntag dann auf YouTube veröffentlicht, sondern am Dienstag ist ja der Livestream auf Twitch. Und das heißt, auf YouTube ist da sozusagen der Platz in der Woche frei, was jetzt nicht großartig schlimm ist, aber mich stört es irgendwie und deswegen hätten wir da auch einen freien Platz und auf dem würden dann diese Folgen veröffentlicht werden. Die sind jetzt nicht eine Stunde oder so, die werden halt kurz und knackig sein, also theoretisch könntet ihr dann nach dem Blätterabend oder vor dem Blätterabend kurz noch da rein sehen. Also, das Ganze nochmal zusammengefasst, ich gehe nochmal auf diese Seite, wir versuchen ein strategisches, vermutlich ist es immer ein strategisches Spiel, also kann mir jetzt Rollenspiel oder so nur schwer so vorstellen, aber vielleicht auch das. Versuchen wir kooperativ zu spielen, was nicht dafür gedacht ist kooperativ zu spielen, sondern es ist so ein bisschen, wir geben das Spielfeld immer dem anderen weiter. Also, ich spiele eine Runde, speichere ab, Alexander spielt eine Runde, speichert ab, gibt mir das Savegame wieder zurück, ich spiele eine Runde, speichert ab, gibt es Alexander wieder zurück und so hin und her, so entsteht halt eine Kette, die durch die Spielspeicherstände verbunden sind. Und wir dürfen natürlich nicht sehen, was der andere gemacht hat und wir dürfen uns auch, mal abgesehen von den optionalen Strategie-Meetings, nicht unterhalten und abgesehen von Möglichkeiten, die das Spiel selber bietet, Hinweise für andere Spieler zu hinterlassen. Die Intervalle sind natürlich fest wechselnd, das muss man vielleicht vom Spiel abhängig machen, zum Beispiel bei Civilization geht die Zeit ja am Anfang ein bisschen schneller vorbei und am Ende ein bisschen langsamer, also könnte es sein, dass diese Intervalle sich verändern, aber das sehen wir dann. Also, ja, das sehen wir dann. Ich hoffe, ihr seid so genau so gespannt wie ich, ich hoffe, das funktioniert auch, weil ich natürlich keinen Plan habe, wie lustig oder unlustig das ist. Wir versuchen das jetzt einfach mal, wenn es nicht funktioniert, stampfen wir es halt wieder ein. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich glaube, die nächste Folge folgt gleich. Also, bis gleich, macht's gut, tschüss!